ja da bin ich schon wieder jetzt wird es langsam spät ich habe etwas ganz schönes eine erfindung die die welt verändert hat und zwar schaumgummi hier das ist schaumgummi schaumgummi wird viel benutzt in matratzen aber auch in moped helmen man kann mit schaumgummi auch sagen wir mal kunstwerke machen sogenannte schaumgummi kunstwerke art schaumart ja beweglich und so das ist so kunststoff mit innen drin so luft man kann auch durchpusten ja was gibt es sonst noch zu sagen zu diesem wertvollen mittel zu diesem wertvollen kunststoff zu diesem sehr wertvollen weichen material es fühlt sich an wunderschön weich weich sehr weich weich und man bekommt auch gefühle wenn man dieses weiche ist ein unterschied ob man jetzt ein weiches schaumgummi anfasst oder sagen wir mal eine eisenstange das ist ein gehöriger unterschied und wenn man eine eisenstange auf dem kopf kriegt ist nicht so gut wie wenn man schaumgummi auf dem kopf geht und das war es auch schon und weiter geht es mit der nächsten sind auch gleich wo euch keine mehr ich muss ich glaube ich auch schon holen